So, wohin wir stehen geblieben und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wie machen wir heute weiter? Die soll da was hochjagd. Können wir feiern da mal mit? Oh ja. So, dann nehmen wir die drei Feinde erstmal raus. So, und der Grillmeister hier geht auch fahren. So, wir haben Ruhe. Ich habe nicht jetzt wirklich mit den drei Gegnern gerechnet. So, der erste Teil machen wir. Die erste Zündkabel steht. Nummer zwei. Im jeden Fall müssen wir uns gar nicht mal die Finger schmutzig machen heute. Sondern außer nur diese Kabel verbinden. Aber, wie gesagt, es wäre nicht Mafia 3, wenn ich noch ein bisschen was zu haben wäre für uns. Moment, ich mache gerade mal kurz noch was anderes. Ich werde nämlich das hier nochmal schnell fertig machen. Wer weiß, wofür es gut ist. Soffen. Oh ja. Da gucken wir, was da wieder drin schwimmt. Hier, vor der Link. Okay, so, wir sind immer dazu. So, der geht auch noch baden. Und der auch. Gut, dann haben wir das auch soweit erledigt. Ihr kennt das Spielchen hier. Ja, gerne mal. Das ist auch ein... Ich bin ja tierlieb. Ich bin ja gerne nochmal tierlieb und fütter eben kurz ein paar Alligatoren. So, und wir gehen jetzt da hoch und machen den Rest noch fertig. So, dann nehmen wir das noch weg. Nummer drei. Und Nummer vier. Und Nummer vier. So, jetzt sind wir die C4-Springladungen. Kann ich mein Auto da irgendwo noch stehen? Achso, wir sollen irgendwas anderes machen. Okay. Tschüss. Jetzt ist es offen. So, Kababums, oder? Wir sollen das noch weg dauern. ?! Gute Schlussfolgerung, Sherlock. So, reiche Onkel-Luuu. Zu viel zum Thema, aber da werden wir unsere Leute hochführen. Dann mal los. Den habe ich was besonderes im Magazin. Na komm, Leute. Jetzt komm ich da jetzt rauf. Komm einfach raus und lass uns das schnell zu Ende kommen. Wo komm ich da hin? Komm einfach raus. Ich muss den Kack wahrscheinlich jetzt alleine machen. Ich muss mir helfen! So, irgendwie müssen wir da... Nein, 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 nein! Ich weiß nicht, was hier los ist, aber wir müssen hier so eine Rettungsboote! Alles klar, wir kommen gleich rüber! Jawohl, ja, die arbeiten nicht hier. Jetzt könnte ich sie nochmal rum. So, die arbeiten wir jetzt gerade da oben durch. So. 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 Dann machen wir jetzt mal füllen wir uns mal wieder auf. So. So. Jetzt ist immer mal gut. So. 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 Der eine ist tot. So. Der ist tot. So. 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 halb ich doch mal Ich halte jetzt ein bisschen Munition wieder auf die Waffe mit. Ich habe noch ein paar Waffen oben. So, der ist tot. Das ist im Idealfall ganz ohne. Gute Nacht. So, wenn ich die ganze Kohle noch mitnehme und die Waffen auf jeden Fall auch mitnehme. So, dann gehe ich wieder auf die Handfeuerwaffe, weil die ist mir irgendwie ein bisschen lieber gerade als die. So, wie soll man da hin? Oh. So, scheinbar kommt da jetzt gleich irgendwo was? Oder ist er oben? Obwohl ich jetzt oben zu sein. Irgendwo ein schlechter O-Pro. Aber ich sehe nicht was. Okay, ist er doch unten. Okay, dann scheint sie unten weiter zu gehen, oder? So, kriege ich sie jetzt so wie auf. So, step by step habe ich die jetzt zurück. Guck ich sie jetzt irgendwie noch... Warte mal, kriege ich sie nicht geholt? Nein, ist weniger. So, kommt die jetzt oder was? Tod. Doch, kann ich. Oha. Alter. Alter. Tod. So. So, der ist erledigt. Wer auch? Wer auch? Hältst du auch mal. Ich verstehe mich. Scheiße. Ich lade nach. So, erledigt. ich muss euch aufpassen mit der energie ich muss wieder geben zu haushalten hier doch wieder runter unnötig irgendwas zu verlieren ich habe diese gegner mehr hat irgendwie war ja eine leiter hier hier ist eine leiter so so macht ich habe ahnung wie das gleiche endet ich glaube das ist gleich hackfleisch oder auch nicht oder auch nicht so so aber das würde ich sagen machen wir doch im nächsten part bis dann tschüss so 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 so